Ach Mist, es ist schon wieder eine Pflanze gestorben. Hallo zusammen, mein Name ist Professor Karl Opi und ich, ich habe nicht gerade einen grünen Daumen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde euch im heutigen Projekt mit dem Kaliope Mini zeigen, wie uns der Mini bei der Bewässerung von Pflanzen behilflich sein kann. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, wenn wir ihn richtig programmieren, dann kann uns der Kaliope Mini sagen, ob eine Pflanze Wasser braucht oder nicht. Sehen wir uns mal an, wie das Ganze aussehen könnte. Hier haben wir den Kaliope Mini, Krokodil Gämmen. Hätte ich mich bloß an meine eigenen Sicherheitsregeln gehalten. Denn ich sage immer, Messer, Gabel, Nagel, Licht gehört in deinem Mantel nicht. Wir verbinden zuerst den Kaliope mit den Krokodil-Gämmen. Das rote Kabel kommt auf den Plus-Pool und das schwarze Kabel auf den Einser-Ping. Als nächstes stecken wir die Nägel in unsere Pflanze hinein. Und zu guter Letzt verbinden wir noch die Krokodil-Gämmen mit unseren Nägeln. Eins und zwei. Ah, ein trauriger Smiley. Wie ich es mir gedacht habe. Die Pflanze benötigt Wasser. Tja, dann gießen wir sie ein bisschen. Ich glaube, das reicht. Jetzt hat unsere Pflanze wieder genügend Wasser und der Kaliope Mini, der freut sich auch. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was genau macht der Kaliope Mini hier eigentlich? Tja, kurz gesagt, er misst die Leitfähigkeit der Erde. Ist die Erde nämlich trocken, dann leitet sie wenig bis gar nicht. Und ist die Erde feucht, dann leitet sie den elektrischen Strom viel besser. Was lernen wir daraus? Wasser ist ein elektrischer Leiter. Dasselbe gilt übrigens auch für unseren Körper. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Wie ihr vielleicht noch aus dem Beispiel der heiße Drahtwist sendet der Kaliope Mini-Mikroströme aus. Vom Plusball aus fließt der elektrische Strom über das Kabel zum Nagel. Vom Nagel in die Erde, durch die Erde hindurch, beim zweiten Nagel wieder heraus und dann beim zweiten Kabel fließt der elektrische Strom in eine der goldenen Ecke vom Kaliope Mini. Wie ihr bereits wisst, werden diese Ecken Pins genannt. Wir haben hier in unserem Beispiel den 1er Pin genommen. Anschließend könnt ihr dann die Leitfähigkeit der Erde auslesen. Je nachdem wie feucht unsere Erde ist, leitet diese den elektrischen Strom besser, schlechter oder gar nicht. Und diesen Effekt nutzen wir als Kriterium dafür aus, ob unsere Pflanze genügend Wasser hat. Dazu schreiben wir uns ein kurzes Programm, welches überprüfen soll, ob der Stromkreis geschlossen ist oder nicht. Schauen wir uns das Programm an. Es muss dauerhaft überprüft werden, ob der Stromkreis geschlossen ist. Das heißt, ob der Zustand Pin 1 gedrückt war oder falsch ist. Wenn die Erde leitfähig, das heißt ausreichend feucht ist, dann soll ein lachender Smiley angezeigt werden. Und wenn nicht, dann soll das durch einen traurigen Smiley symbolisiert werden. Wollen wir nicht nur zwischen leitend und nicht leitend unterscheiden, also 1 und 0 oder wahr und falsch, dann benötigen wir einen genaueren Zahlenwert für unsere Leitfähigkeit. In Medita Open Roberta können wir das durch den Befehl gib analogen Wert auslesen. Natürlich brauchen Pflanzen unterschiedlich viel Wasser. Man denke da zum Beispiel an einen Kaktus, welcher in der Wüste steht. Oder beispielsweise ein Efolgewächs, welches im Dschungel vorzufinden ist. Pflanzen sterben nämlich nicht nur dann, wenn man sie zu wenig gießt, sondern auch, wenn sie zu viel Wasser haben. Um die richtige Wassermenge für unsere Pflanze nun herauszufinden, sollte man eine Versuchsreihe durchführen, also quasi ein Bewässerungstagebuch. Um die Feuchtigkeit der Erde zu messen, benötigst du das folgende kurze Programm. Dieses liest den analogen Eingangswert von Pin 1 ein und zeigt den Wert am LED-Display an. Wichtig ist hier, dass der Calliope Mini nur auf Pin 1 und 2 analoge Werte empfangen kann. Der Output-Wert gibt darüber Auskunft, wie leitfähig die Erde ist. Das heißt, ob sie eher trocken oder eher feucht ist. Da der analoge Wert immer und immer wieder eingelesen werden soll, muss das Ganze in einer Endlosschleife passieren. Der Befehlsbaustein für das Einlesen des analogen Wertes wird nur dann angezeigt, wenn du im Edito in den fortgeschrittenen Modus wechselst. Du bist also schon fast ein Profi. Nachdem du das Programm auf den Calliope Mini runtergeladen hast, schnapp dir Zettel, Stift und ein Glas Wasser und beginn mit dem Notieren der Werte. Diese werden am LED-Display des Calliope Minis angezeigt. Ein kleiner Tipp. Mess die Leitfähigkeit der Erde zuerst im trockenen, danach im halbfeuchten und zu guter Letzt im feuchten Zustand. Denn würdet ihr es umgekehrt machen, dann müsstet ihr ewig warten, bis die Erde wieder trocken wird. Natürlich gilt, je mehr Messungen ihr durchführt, desto genauer könnt ihr den Wasserbedarf eurer Pflanze abschätzen. Recherchiert im Internet, um herauszufinden, ob sich eure Pflanze lieber in trockenen oder in feuchten Gebieten wohlfühlt. Wenn ihr die vorhin beschriebene Messreihe für eure Pflanze mehrmals durchgeführt und im Web recherchiert habt, dann könnt ihr dieses Programm mit Grenzwerten verwenden, um eure Wohlfühlfeuchtigkeitsregionen für eure Pflanze zu definieren. Meine Messungen haben ergeben, dass diese Pflanze, nachdem ich sie zu viel gegossen hatte, eine Leitfähigkeit zwischen 949 und 1012 auf ist. Deshalb habe ich den oberen Grenzwert auf 950 gesetzt. Nachdem die Erde dieser Pflanze einmal komplett ausgetrocknet war, hatte sie einen Messwert von 454. Deshalb setze ich den unteren Grenzwert auf 500. Die Variablen unterer Wert und oberer Wert sind dabei die Grenzwerte für die Leitbarkeit der Erde. Diese sind von der jeweiligen Pflanze und Faktoren wie z.B. den Nägelabstand abhängig. Wird der untere Wert unterschritten, d.h. der Widerstand ist groß, dann ist die Erde ziemlich trocken. Wird der obere Wert überschritten, d.h. der Widerstand ist klein, dann ist die Erde ziemlich nass. Jetzt im Detail. Ist die Erde zu trocken, also die Leitfähigkeit der Erde unzulänglich, dann fällt der Wert vom Pin 1 unter unseren definierten Grenzwert unterer Wert. Dann gibt der Calliope Mini einen traurigen Smiley aus und die LED wird rot geschalten. Das ist für uns das Zeichen, die Pflanze zu gießen. Haben wir jedoch zu viel gegossen, dann steigt der Wert über unseren Grenzwert oberer Wert und es wird ein Regenschirm sowie eine blau geschaltete LED angezeigt. Liegt der Inputwert vom Pin 1 jedoch zwischen unseren beiden Grenzwerten, dann ist alles in Ordnung und wir können dies mit einem lachenden Smiley sowie einer grün geschalteten LED kennzeichnen. Wie ihr gesehen habt, kann der Calliope Mini für euch der erste Schritt zu einem selbstgebauten Smart Home Projekt sein. Aber ich fürchte, das selbstständige Gießen, das wird er wohl nie lernen. Aber ich hoffe, er hat beim Ausprobieren genauso viel Spaß wie ich und ich freue mich wirklich schon drauf, mit euch wieder zu arbeiten. So war ich Professor Karl Opie heiße. 1 2 2 2 A 3 4 1 5 7